Cyberport präsentiert das Philips HF3501 Wake-Up-Light. Das Aufstehen fällt besonders an dunklen und kalten Tagen schwer. Mit dem Wake-Up-Light von Philips werden Sie natürlich geweckt und kommen garantiert besser aus den Federn. Das Wake-Up-Light von Philips ist Leselampe, Wecker und Radio in einem. Dank der Sonnenaufgangssimulation inklusive steigender Lichtintensität sowie wechselnden Farben werden Sie sanft geweckt. Unterstützend hinzukommen entweder fünf natürliche Geräuschkulissen oder Ihre Lieblingsradiosendung, die Sie über das integrierte UKW-Radio einstellen können. Damit Sie auch wirklich aufwachen, wird der Sound über einen Zeitraum von anderthalb Minuten immer lauter. Wenn Sie noch ein wenig liegen bleiben möchten, nutzen Sie einfach die Snooze-Funktion. Tippen Sie dazu auf das Wake-Up-Light und Sie werden innerhalb neun Minuten noch einmal geweckt. Die Lichtintensität des Wake-Up-Lights beträgt maximal 300 Lux und kann in 20 Helligkeitsstufen individuell eingestellt werden. Dadurch können Sie den Lichtwecker auch als Leselampe nutzen. Weiterhin passt sich die Lampe automatisch der Umgebungshelligkeit an. Das Wake-Up-Light von Philips unterstützt Sie auch beim Einschlafen. Bei der Sonnenuntergangssimulation nehmen das Licht und die Klänge über eine von Ihnen festgelegte Dauer ab und bereiten Sie auf das Einschlafen vor. Starten Sie frisch und munter in den Tag mit dem Philips HF3501 Wake-Up-Light. Starten Sie frisch und die Klänge über eine von Ihnen festgelegte Dauer ab und bereiten Sie auf das Einschlafen.